Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kone Battle Pass bzw. den Herausforderungen. Ja, ich habe jetzt eine Herausforderung, wo ich ein kleines Problem mit habe. Deswegen mache ich jetzt dieses Video quasi als Aufruf an euch. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, wo es dieses Tier gibt. Und zwar geht es um die Herausforderung, das ist eine seltene Herausforderung für 70 EP, reptilische Monstrositäten besiegen. Ich weiß, was das für ein Tier ist, aber ich finde es leider nirgendwo auf der Insel. Wenn ihr im Admin-Modus seid und ihr drückt Shift und Einfügen und ihr spawnt hier oben das Ganze, dann könnt ihr REP eingeben und dann seht ihr hier oben Reptile Beast. Das ist das Tier, was ich suche. Das ist dieses große hier. Ich weiß aber nicht, wo das zu finden ist. Ich zeige euch das mal eben. Also ihr seht, reptilische Monstrositäten, es ist auf jeden Fall das richtige Tier. Aber ich habe absolut keine Ahnung, wo ich das denn finden kann. Das heißt, hiermit mein Aufruf an euch. Also wenn ihr das Ganze als Leitfaden ansehen möchtet, um einfach nur die Punkte mitzunehmen, könnt ihr das natürlich gerne machen. Dann wisst ihr jetzt, wie ihr das Ganze spawnen könnt, beziehungsweise was ihr spawnen müsst im Admin-Modus. Wenn ihr aber zufälligerweise diesem komischen Viech einmal begegnet seid, merkt euch bitte, beziehungsweise schreibt mir bitte als Kommentar unter diesem Video, wo das genau gewesen ist. Und ich rede natürlich von Isle of Zipta. Also sprich, ich zeige euch nochmal kurz die Karte. Irgendwo auf dieser Karte muss dieses Viech doch zu finden sein. Zumindest behaupte ich das mal und hoffe das mal, weil ich es ja auf dieser Karte als Herausforderung bekommen habe. Also nochmal, wenn ihr es irgendwo gesehen habt, bitte schreibt mir darunter, wo es gewesen ist. Mir reicht schon ein Quadrant, sage ich jetzt mal, ich sage jetzt mal H3 oder sowas, dass ich da mal suchen kann. Grundsätzlich habe ich mir sagen lassen, soll das eher in so Dschungelgebieten sein. Ich bin aber jetzt schon so viele Gebiete, die so ein bisschen dschungelmäßig waren, abgelaufen und ich habe es leider noch nirgendwo gefunden. Ja, wenn euch das Video weitergeholfen hat oder ihr mir weiterhelfen könnt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt bitte in die Kommentare, wenn ihr mir weiterhelfen könnt. Und ansonsten schaut euch auch gerne meine anderen Videos zum Thema Battle Pass an. Bis zum nächsten Video. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.